Hallo und ein herzliches Willkommen wieder bei Let's Play Rome 2 Total War mit dem mächtigen Sparta und der What is your Profession Challenge. Genau, was haben wir denn hier? Wir haben in der letzten Runde Rodos an uns noch nicht gebunden, aber wir vertragen uns schon recht gut. Wir haben Frieden mit den Etruskern geschlossen und wir planen dann den nächsten Krieg schon mal gegen die Ära Vizca. Und zack, wir sind an ihrer Grenze. Ah, und jetzt erleiden sie doch. Ja, sie erleiden den Verschleiß, den ich haben wollte. Yeah, Schwertgefolge. Ja gut, dass die dann vielleicht ein bisschen Anmannstärke verlieren. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wir könnten das hier weiter ausbauen. Die Holosideros-Kaserne, Megalopolis, dann hier Schreien der Athene. Muss ein bisschen auch auf die Nahrung aufpassen, ne? Das ist auch alles Nahrung. Hier bekäme ich zwei Wachstum, aber noch Wohlstand. Landwirtschaft, hier ein bisschen Wurschen durch Kultur, mehr Wachstum und eine etwas bessere öffentliche Ordnung. Schutz vor allen Agentenaktionen, plus zwei. Hm. Ja, lassen wir das erst einmal. Nahrung. Alter, das Geld wird sehr schnell verschwinden, warte mal. So. 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 Hätte ja was, ne? Hätte was. Magdum. Warum ist hier eigentlich... Achso, weil da ein Erlass drin ist. Ich will mir Erlasse erlassen könnten. Hm. Ah, ich kann das nicht nochmal bauen. Oh. Okay. Ja gut. Nicht. Praktische Flexibilität, das da. Okay. Okay, okay, okay. Oh, ne, ne. Makedonien war das. Dann. Ja. Nochmal ein bisschen mehr Wohlstand durch Unterhaltung. Ähm, ich bin hier beim Überlegen, ob das wirklich notwendig ist. Ja, überlege ich mir noch. Überlege ich mir noch. Ähm, wir haben ja jetzt Geld. Wir haben ganz gut Geld. Ähm, Illyrien. Ja, da. Ja, da könnte ich endlich mal diesen. Blöden. Ne? Ja, da. Ich glaube, Ja, da kriegt erst mal... Ich kriege jetzt mal einen Militärhafen. So. Hier müssen sie sich verteidigen können. 2 Luftmarken, minus 3 Nahrung. Ja, ich bin ein bisschen vorsichtig, weil wegen Nahrung. Weil das alles immer irgendwie Nahrung kostet. So, so. Ich weiß, das schadet der öffentlichen Ordnung, aber jetzt... Ja, minus 2, minus 4. Im Moment sind wir bei plus 19. Können wir dann hier auch noch... Weiter auf die öffentliche Ordnung auch noch weiter verbessern können. So, und wir sind pleite. Wir haben das ganze Geld in einer Runde auf den Kopf gehauen. Yeah, wir sind gut. Holy shit. Naja, aber ich würde sagen, wir sehen das als Investition. Äh, was wir auch noch machen wollte, war... Gucken, was wir so machen müssen. Erforschbar körperliche Konditionierung. Das ist ein Bonus-Zier. Erstmal, wir müssen 25 Siedlungen beherrschen. Entweder durch direkt nur Sitz hier in der Telekündigung oder Militärbündnis. Okay. Ähm, wir haben 19. Also müssen wir ein bisschen auf die Bremse treten. Wartansche Hegemonie beherrscht die folgende Provinz in Hellas. Hier, na, super, perfekt. Dann haben wir das. Baut Handelsbeziehungen mit folgender Fraktion auf. Das wäre tatsächlich cool, wenn das gehen würde. Aber das kann ich halt nicht, weil... Weil wir Athen bräuchten. Ach so ein Mist. Naja. Okay. Dann können wir das leider nicht erfüllen. Da gehen uns 3500 flöten, aber gut. Schmiedet eine Verteidigungs- oder Militärische Allianz mit folgender Fraktion Rom. Als Rom gegen Kartago kämpfte, bat es andere Kräfte aus dem Mittelmeerraum um Hilfe. Sparta bot Unterstützung an und tat das gleiche, als Rom Makedonien bekriegte. Ja. Können wir uns auch nicht erlauben. Und körperliche Konditionierung. Was ist... Wo ist denn die Körper... Das da. Okay. Okay. Ja. Mein Gott. Dann machen wir das halt. Das kommt dann als nächstes dran. Damit wir das erfüllt haben. Wobei so dringend... Dringend ist das ja nicht. Also bis wir... Ja, wobei... Ähm... Wenn ich jetzt... Jagamon nehmen würde und sagen würde... Hey. Du willst nicht... Du willst wahrscheinlich auch nicht, ne? Ich fühle mich geirrt euch zu empfangen und freue mich kluge Argumente und geistlichen Winzen zu haben. Auch nicht, okay. Ich kann eure Bedingungen bei meiner Ehe... Ja, ja. Halt's mal. So. Okay. Gut. Ich nehme hier... Bei denen erstmal kann ich das... Achso, in denen die haben sich jetzt erst bewegt. Okay. Gut. Wir beenden die Runde. Ich glaube... Ah, ne. Ne, Alkides habe ich noch nicht... Äh... Nicht, ähm... Ausgebildet, fortgebildet. Zack. Wie sieht unsere Armee aus? Ja. Die waren ja eh schon... Mit... 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 Zwei-fachen Silberwimpel sind sie gestartet. Und die anderen leveln auch ganz gut derzeit. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Kenntauchen. Okay. Vor der Bände. Nehmt diesen Zuschuss an. Unsere Schatzkammern sind bis zum Bärsten gefüllt. Ja. Das ist ja schön. Aber... Ich will euer fruchtbares Land. Also... Wird das nicht so gut funktionieren. Ah ja. Ihr seht die Kräfteverhältnisse, ne? Ja. Dann sind wir halt mit noch mehr Nationen im Krieg. Einfach nur, weil Ägypten sich denkt... Hey. Moin. So. Weiter wird geforscht. Körperliche Konditionierung. Euer Noir. Gut. Bist du Chance auf Verwundung, feindliche Agenten aus Notwehr, 6 Sichtfeld, 8% Chance auf Entdeckung, versteckte Agenten und Armeen. Ja. Jetzt noch was Besseres. Zwei Aufstellung plus Zwei. Ja, was heißt Aufstellung? Ist es auch okay, wenn sie einfach nur... Ist es auch okay, wenn er nur in der Armee drin ist? Also... Nur. Ich habe mehr Bewegungsreichweite, vielleicht für die Armee. Nee. Das wäre was Schönes. Für alle Einheiten Fraktionsfall nach einem erfolgreichen Attentat. Achso. Nee. Bei Aufstellung. Bei Aufstellung. Okay. Naikampfabwehr, Naikampfangriff und Angriffsbonus. Ist alles eher so... Mäh. Ich glaube, Aufstehen heißt... Äh... Die eine Fähigkeit... Also... Ne? You know. Ich will gleich bei... Am Beispiel des Spions, was ich damit meine. Moralisieren. Ah, da. Begleitarmee. Das klingt doch sinnvoll. Basiert auf eurer Hingabe. Ja, das... Das ist... Was die Hingabe angeht, das ist... Ist ja völlig im Arsch. Okay. Ähm... Dann würde ich sagen... Gehe ich hier drauf und steigern damit so ein bisschen unsere Hingabe. Mit der Ausbildung und Abenteuer. Erlangt eine geringe Menge an Reichtum, die mit der Entfernung von... Zur Grenze wächst. Ach, das ist also auch automatisch mit aktiv. Oh, das ist... Das ist cool. Ich könnte in einer Runde dort... Dort sein. Ihre... Armee nimmt weiter ab. Ihre Armeegröße. Provinz. Ja. Muss ich halt so machen, ne? Aha! Aha! Wen haben wir denn da? Interessant. 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 Was der hier wohl vorhat? Den hab ich natürlich nicht gesehen vorher. Aber der erleidet auch... Schleiß. Leider halt nur irgendwie sehr geringen Verschleiß. Hm. Faktion angetroffen. Die Kirneika. Also, Kirneika sind... Äh... Bin mal gespannt. Also, hier kann im Grunde genommen noch alles passieren, weil meine Flotte so lahmarschig ist. Weil sie einfach nur lahmarschig ist. Ach man, jetzt fehlt nur noch, dass die irgendwie sagen, wir sind alle seekrank, wir müssen an Land, sonst geht die Flotte unter oder so. Kommunikator. Yeah! Kulturelle Konvertierung. Das ist uns... Das ist nicht uninteressant für uns hier. Auch hier ist es immer noch nicht uninteressant. Gut, Haushalt erweitert sich. Brennglas. Uh. So. Ähm. Hier. Ja. Brennglas. Forschungsreichweite. Im Moment haben wir plus 1 Hingabe. Nimm ich lieber das Ding. Ein Hauptlohn. Der Rillenmeister. Nee. Minus 5%. Moral bei Nahkampfinfanterie, bei der Rekrutierung. Nee. Muss nicht sein. Gut. Ja. In der Rätsel hätten noch hinkommen. Äh. Und. Yep. Okay. Done. Ich will das hier nochmal weiter ausbauen. Und. Warum habe ich die negative öffentliche Ordnung? Also. Plündern. Weil die hier immer noch plündern, die Blumensäcke. Und sie sterben halt nicht, weil. Naja. Hm. Also ich erleiden sie keinen Verschleiß, ne? Oder? Stehen da nichts von. Nein. Doch. Sie müssen. Solange das Ding hier ist, erleiden sie verschleißen. Irgendwann. Irgendwann verschwinden sie. Gut. Ich würde ihn jetzt auswählen. Hallo. So. Hm. Weil mit dem kann ich ja nichts machen. Ich habe mich jetzt erstmal zurückgezogen. Der kann ja. Bin ja gespannt. Ich greife diese Runde nicht an. Ich warte noch eine Runde. Beenden wir dieselbige. Hm. Wieso? Veneta. Sequana. Helvetia. Etruskische Liga. Boja. Atago. So ein, zwei Kriege fühlt ihr hier gerade, ne? Kartago gehört Syrakos. Ne, du. Lass mal. Nun gut. Darf ich ja eh nicht. Also. So dürfte ich ursprünglich schon. Aber ich habe mich dagegen entschieden, das mit aufzunehmen. Aha. Dies ist ein Zeichen erreicht der Einigung und weiteren kommenden Einigung. Oh, sie haben Memphis zurückerobert. Ne. Ich bin gespannt, wie das da jetzt alles abläuft. Wir könnten auch mit unserer Armee nach Pyreneika gehen. Na. Denera. Vielleicht ist Omen. Okay. So, meine Gute. Die Frau eines eurer Magistrate behauptet, ein junger General habe sich ihr aufgedrängt. Ihr Ehemann ersucht euch nun, um die Erlaubnis, den jungen Mann zu töten. Den Mord zu lassen? Es ist das Recht des Ehemanns, den jungen Mann zu bestrafen. Ihr solltet nicht im Weg stehen. Weiter untersuchen. Dieser junge Mann hat einen guten Ruf. Es ist merkwürdig, dass er so etwas getan haben soll. Nichts unternehmen. Das müssen die beiden Männer unter sich ausmachen. Ihr müsst nicht involviert werden. Weiter untersuchen. Warte mal. So, wir befördern dich erst einmal. Zack. Ach komm, wir befördern dich noch ein bisschen. Weiter. So. Jetzt haben wir kein Geld mehr, um dich weiter zu befördern. Ich bin nicht gespannt. Wir besitzen drei Regionen. Wie den ganzen Rest. Nikanor. Dich könnten wir auch einmal kurz befördern. Politik. Und Loyalität von neun. Das ist auch nicht mehr so wahnsinnig viel. Ich glaube nicht, wie viel ich hier noch brauche. Wir könnten noch einen Spion und einen Würdenträger rekrutieren. Ich glaube, das machen wir jetzt auch. Ich hätte hier gerne eine Würdenträgerin. Ja, egal welche. Und eine Spionin, die in welche Richtung geht? Richtung Rom. Richtung Rom. Wenn sie in Richtung Rom gehen. Bei. Also ich wäre fast dafür, dass wir hier den Balkan sichern. Ey, cool. Den Minimum ist gewachsen. Wups. Wupp. Organer Style. Yes. Ähm. Weiter in die Richtung. Wirtschaft. Wirtschaft. Weiter in die Richtung. Wirtschaft. Ja. Komm. Doch. Machen wir. Bis 10% Schaden für Geschossinventriee bei der Rekrutierung. Ja. Hm. Hm. Ja. Das ist irgendwie so. Hm. Das reißen wir mal ab. Dann machen wir was besseres rein. Vielleicht irgendwas für die öffentliche Ordnung oder so. Wobei könnte ich. Ah ne. Das ist Handel. Nicht öffentliche Ordnung. Bin gespannt, was die vorhaben. Wirklich. Also ich glaube nämlich nicht. Ich warte noch eine Runde, um genau, um sicher zu gehen, was die jetzt vorhaben. Weil ich denen irgendwie, ich traue denen nicht. Und nächste Runde, wenn sie nächste Runde angreifen würden, wäre Sigessia gut geschützt. Und die Yada wäre eigentlich auch recht gut geschützt. Hm. 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 Oh. Goldwimpel. Oh. Geil. Alter. Was für eine Grundmoral die wir mittlerweile haben, ne? Die einfach eine 121er Moral. Keilu. Nächste Runde wird angegriffen. Dann sind die Nomantiken schwächer. Und wie gesagt, wir haben es nicht so wahnsinnig eilig. Passt. Dann ist deren Armee, deren Garnison auf jeden Fall halbiert. Okay, gut. Nächste Runde. Wir haben für die nächste Runde einen Plan. Ich wäre nämlich hier sonst nichts weiter zu bauen. Warte, wo habe ich jetzt Geld ausgegeben? Ich wollte eigentlich noch eine Spionin machen. Noch eine Spionin haben, ne? Hier. Nein, das war nicht das ganze Geld. Moment. Ausfällt mich ja nichts. Moment. Hä? Bin ich du? Na gut, dann rekrutiere ich die Spionin in die nächste Runde. Dann machen wir das so. Das ist wohl hier lächerlich langsam. Oh mein Gott, die Flotte ist so lächerlich langsam. Das ist nicht zu fassen. Das ist einfach nicht zu fassen. Na gut, wir sind bei 20 Minuten angelangt. Wir speichern an der Stelle und sehen uns dann im nächsten Video. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Part mit der What is your profession Challenge und einer Welteroberung mit Sparta. Ciao. Ciao.